Ich bin Martina und bin im zweiten Lehrjahr. Ich bin Larissa und bin im dritten Lehrjahr. Ich bin Sandro und bin im dritten Lehrjahr als Kaufmann bei Schweizer Zucker AG. Heute stellen wir euch unseren Alltag vor. Kommen doch gleich mal mit. Er ist gerade am Bestellungen für die Pressschnitzel am Aufnehmen. Pressschnitzel ist ein Nebenprodukt von unseren Zuckerrüben. Das ist eine Tätigkeit, die man im zweiten Lehrjahr hier in der Schweizer Zucker AG selbstständig übernimmt. Hier im Personalbüro hat man sehr viel Kontakt mit den Mitarbeitern. Man erfährt sehr viel über sie und man bekommt auch einen anderen Einblick darüber, was sonst noch so läuft. Ich mag die Lehrjahr hier in der Schweizer Zucker AG sehr, weil sie sehr interessant ist und sehr vielseitig. Man hat sehr viel Kundenkontakt, was sehr spannend ist. Und auch Unternahme mit den Mitarbeitern und mit den Lehrlingen ist es immer sehr wichtig. Hier an der Zentrale ist mein ersten Lehrjahr. Man macht sehr viel administrative Arbeiten und empfängt Besucher. Das war's von Beruf Kaufmann. Wir hoffen es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann bewerbt euch doch bei Schweizer Zucker AG. Das war's von Beruf. Werend bewerb. Ein